hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble ich bin euch wieder auf Diagoner Handticket und heute habe ich das Spiel Fishing Clash Anglesimulation wie ihr seht läuft es hier oben schon allerdings nichts deswegen werde ich mal vorschlagen wir nehmen heute ein anderes Spiel beschließen das es geht hier wieder gar nichts immer wenn ich das Spiel runterlage geht hier nichts mehr deswegen überspringe ich das immer komm schon schneller laden also bei BlueStacks gibt es so einige Spiele die haben so einen kleinen Fehler manchmal wie bei mir zum Beispiel das Fishing Clash ich habe mir ja auch eine Liste aufgeschrieben welche Spiele bei mir immer Falschlaufen wo ist denn die Liste da Fishing Clash Real Boxing 2 Warfart und Secret Mafia also Secret Mafia ging ja anfangs bei mir mal ganz gut mittlerweile geht es aber nicht mehr so dann gehen wir jetzt hier drauf und gehen einfach hier auf Spiel neu mischen drücke ich einmal drauf und dann kriege ich ein anderes Spiel dann will ich jetzt das herunterladen und dann sehen wir uns gleich wieder bei The 7 Daily Sins viel Spaß so da sind wir wieder habe das Spiel jetzt heruntergeladen ich wollte schauen ob ich davon einen Account habe ich habe da allerdings nichts gefunden ich meine ich hätte das schon mal gespielt aber irgendwie habe ich nichts gefunden was sind denn da für Nachrichten verm ataque von Steel large jajaja verbinde mal mit dem Server v also nur ein kleiner ausschnitt ok automatisch starten angriff Das war's. Okay! Wollen wir das Ganze überspringen? Das dauert mir ein bisschen lange hier. Zwei Sachen aussuchen. Was haben wir damit angegriffen? Schwein? Ja, dann tief? at schrecklich Mus解k die Das mache ich vorbei. Erstmals jetzt die Hilfe. We kleinen Freunde, die Leute gut denkt. Okay. Ich glaube das Spiel habe ich doch noch nicht gespielt. Jetzt kann ich zwei Sachen benutzen oder ich kann was kombinieren und eine Sache benutzen. Ich könnte den benutzen oder den mit dem kombinieren. Oh der sagte ich soll den benutzen. Dann mache ich das mal. Okay. 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 Skipping oder anschauen. Okay. 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 Also das ist genau so wie in dem Film auch, oder in der Serie. Komm, wir kennen die Serie. Rüberspringen wir. Alles kombiniert. Ich könnte den auch kombinieren, aber das wäre nur einfach Kombi. Also wären zwei Sterne, nicht so gut. Dann machen wir so, wie es darstellt. Ach, ein Punkt. Okay. Das war's für heute. Okay, okay. 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 Okay, okay, okay. Okay. 1 wenn zwei sterne das war's dann probieren wir mal aus zwei sterne das ist schön guck mal jetzt ich kombiniere mit dem hier oh das geht nicht muss auch zwei sterne haben Mist und das war's mit euch ja jetzt probieren wir das mal aus und wie konnte man angreifen so ach das war das schon das und das FINISH das war's 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 Oh Das erste Dorf, dem Kremwassermeer Kennen wir schon Skippen, dem Kremwassermeer Ok Ok Geschlossen Ok Starten Schmeckt ganz widerlich das Essen Skippen Schauen Ok Ok Kannst deine eigene Musik spielen lassen, ist auch cool Erstmal schauen hier was für... Ok da rein Video da drinnen gewesen Nummer 2 drinnen Gehen wir jetzt aber nicht drauf Woher erkenne ich, dass es ein Video ist Ok Ich geh mal auf die Quest drauf Ok Erfolge Erhalten Erhalten Ich bin reich Erhalten Ich bin reich Ach da unten Geht doch schneller alles hin Ach, warum nicht gleich so Ich bin reich Dieser Junge wieder Ne, ne, ne Ok Äh 30 Könnte ich wieder machen Aber ne Ich möchte die Diamanten behalten Die sind bestimmt für was anderes auch noch wichtig Einmal gratis Das ist gut Skippen Und wer ist drin Ok Ein Diamant Oh Ah da Einmal Einmal Elf ziehen Hab ich Was kommt da heraus? Oh ja, UR. ULTRA, ULTRA, was war das R, RA, ULTRA RA. Okay, da hab ich nix mehr, Diamanten, Diamanten, na den hab ich noch einmal, wir erwarten bis ich 5 hab, kann ja auch noch 5 ziehen, also hat kein Vorteil, deswegen mach ich das einfach so. Genau. Okay. Okay. Warum sagt er, ich soll hier einmal ziehen? Okay. Okay. Gut. Dann gehen wir mal in den Shop. Okay. 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 So, hier ist noch was. Oh was ist hier, kostet doch alles was. Hm, bei Diana war nichts, vielleicht den drücken, King, da, Kratis. Das war bei denen wahrscheinlich. Was ist denn hier bei Diana? Ups. Ja. Okay. Nochmal hier bei den Quests schauen. Noch irgendwie ein bisschen verwirrend für mich, das Spiel. Aber es ist ja meistens am Anfang. 984. Wie viel 16? Dann fehlen ja noch ein paar Erfolge. Immer noch da. Das nervt mich so ein bisschen, dass da der rote Punkt immer ist. Also Shop, sind wir fertig. Vergesst den roten Punkt hier. Mini. Ah, da kannst du nochmal die ganze Story anschauen. Cool. Jo. Und das geht natürlich dann nur weiter. Da. Das ist doch nicht freigeschaltet. Das Spielereinfo. Datentransfer. Gut, dann sind wir hiermit auch fertig. Aber hier noch die roten Punkte. Abholen. Level 1. Was? Da haben wir nochmal was? Was tut alles Geld, wie es aussieht? Was? Aber okay, haben wir auch alles abgeschlossen. 20 Helden gekodiert. Gut, ich würde mal sagen, das war's für heute, das hat auch schon... Das ist noch was zu geben. Kochen? Milch? Oh, ich habe gar nichts. Das sieht toll aus, schmeckt aber fürchterlich. Oh, ich habe gar nichts. Oh, ich habe gar nichts. Was? Okay, ich würde mal sagen, das war's für heute. Spiel ist noch ein bisschen verwirrend für mich, muss da vielleicht auch noch ein bisschen reinkommen. Aufwie kommt mir das alles ein bisschen bekannt vor, das kann aber auch sein, weil ich die Serie kenne. Ähm, ja. Ich mache jetzt noch hier die Quest zu Ende, der Junge zieht jetzt das Schwert heraus. Ein Kampf noch? Okay, was kann man kombinieren? Den mit den. Nein, 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 nein. Dann werden wir mal den benutzen und... Kann man nicht sagen, das war's. Na gut, dann sind wir noch. Fangen wir mal ganz rechts an. Blau ist gut gegen Rot, Rot ist gut gegen Grün und Grün ist gegen Blau. Ich habe Blau, das wäre der Mann hier, also der hier. Ich habe leider den Namen vergessen. Ja. 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 Sind die gleich immer noch da? Muss man drauf achten. Ja. Ja. Das ist das Schwein, Hawk. Ich habe den Namen vergessen. Aber den nehmen wir. Und nehmen wir das mal. das haben wir schon gesehen und den. Finish it back! Genau! Ich hab's geschafft! Nächsten Erfolg! Der zieht ihn natürlich raus. Können wir aus der Serie. Geht nichts mehr. Na gut, okay. Ich werd mir jetzt dein Ticket noch abholen. Das Spiel läuft noch im Hintergrund, also abgeschwitzt. Kein Problem. Dann war's das für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!